So much to learn about, it'll make you want to shout with me. Wow! Seht, das ist ein Kompaktlader. Und da hinten, da ist ein echter Kompaktlader. Wow, er ist wirklich groß. Wow, groß. Klein, groß, klein. Wow! Wow! Seht mal hier. Wow, das ist ein Radlader. Vordere Schaufel und hintere Schaufel. Nimm das Laub. Okay, ihr Blätter, kommt doch mal her. Oh, hier liegt noch mehr Laub. Wow! Wow! Oh, das ist ein Betonmischer. Oh, das ist ein Betonmischer. Oh, wow. 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 Betonmischer ganz oben auf dem Rad. Wow. Wow, oh, seht, das ist ein Kipplaster, oh, legen wir ein paar Sachen auf den Kipplaster hinten drauf. Hier sind noch drei Spielzeuge, das ist ein Frontlader, das ist ein Löffelbagger und das ist der Frontlader, ich dachte das ist der Frontlader, das ist ein Bulldozer, aber das ist der Frontlader, oh, seht mal dort, kommt mit mir mit, wow, die sind unglaublich groß, wow, sie sind riesengroß und guckt, der ist so klein, kleiner Löffelbagger, großer Löffelbagger, okay, kommt mit mir rüber, okay, bleib hier Löffelbagger, okay, wow, seht, es ist ein Frontlader, er ist so groß und das ist das Frontlader-Spielzeug, aber das kommt mit, wow, so groß, das ist ein echter Frontlader, oh, und was ist das? Wow, das ist ein Bulldozer und der ist richtig groß und das ist ein Bulldozer-Spielzeug. Wow, wow, danke, dass wir heute gemeinsam etwas über Baufahrzeug haben. Wow, hey, ich bin's, Blippi. Wow, seht ihr, was da hinter mir ist? Ja, ein Haufen Baumstämme. Wow, heute bin ich am Hafen von Olympia in Olympia Washington und diese Baumstämme wurden gefällt, in verschiedene Länder exportiert, sodass man Häuser daraus bauen kann. Ja, der Staat Washington ist richtig cool, denn für jeden einzelnen Baum, der gefällt wird, müssen die Firmen hier mindestens drei neue Bäume pflanzen. Haha, also, ich denke, wir sollten den Hafen weiter erkunden, aber zuerst ziehe ich mir Schutzkleidung an. Wuhu, ich liebe Sicherheit. Okay, lasst uns den Hafen erforschen. Haha. Wow, habt ihr das gesehen? Das ist ein Kran und er ist so groß. Ich liebe Kräne, die können Sachen vom Boden aufheben und ganz hoch nach oben befördern. Ja, richtig schwere Sachen. Haha, und heute erforschen wir diesen hier. Wow, schaut mal hier. Das sind die Reifen und Felgen vom Kran. Ja, die Reifen sind schwarz und die Felgen haben die Farbe blau. Habt ihr bemerkt, dass hier zwei hintereinander sind? Ja, eins, zwei. Ja, es ist nicht nur einer, es sind zwei. Hey, ich habe eine Idee. Warum zählen wir nicht all diese Felgen und Reifen? Okay, wir starten genau hier. Okay, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Acht Felgen und Reifen. Aber wartet mal kurz. Erinnert ihr euch, dass es immer zwei sind? Okay, also wir haben acht mal zwei. Acht mal zwei. Das ist 16. Gut gemacht. Aber wartet mal kurz. Wir sind nur auf einer Seite. Also hat er die gleiche Anzahl auf der anderen Seite. Also noch mal. 16 mal zwei. Das ist echt hart. Okay, 16 mal zwei. 32 Felgen und Reifen. Wow, gut gemacht. Wow, seht ihr das? Da hinten arbeitet jemand. Reden wir mit ihm. Hallo. Hey, Blippi. Hey, wer bist du? Ich bin Frank. Oh, schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Was machst du denn hier? Ich warte die Ausrüstung hier an der Seestation und heute zeige ich dir den mobilen Gottwald-Hafenkran. Wow, ein Kran. Das ist so cool. Können wir hochgehen? Aber hallo, los geht's. Los geht's. Kommt mit. Wow, wir sind da. Geht nur rein. Ja, kommt. Wow, seht ihr das? Wow. Ich setze mich mal hier in den Sessel. Hier sitzt dann der Kranführer. Wow, wir sind so hoch. Wow. Wow. Wow, das ist so cool. Also, wir sind jetzt 90 Fuß in der Höhe ungefähr. Das entspricht 30 Yards oder Metern. Wow. Seht ihr diesen Haken da hinten? Der wird zum Greifen genutzt. Damit transportiert man zum Beispiel Baumstämme, Paletten, Boote. Ja, alles Mögliche. Wow, jetzt zählt euch das an. Wow. Schaut euch diese dicken Seile an. Das ist das Hubwerk. Wow. Die sind echt dick. Seht. Und das ist der Elektrizitätsraum. Wow. Schaut euch das alles an. Wow. Hey, da ist ja noch jemand. Sieht so aus, als würde er gerade arbeiten. Hey. Cool. Okay. Lasst uns wieder nach draußen gehen. Wow. Jetzt gehen wir in den Maschinenraum. Wow. Seht mal, wie groß dieser Motor ist. Frank, wie groß genau ist dieser Motor? Der ist richtig groß. Er hat 12 Zylinder und einen Zwillingsturbo Cummins Diesel. Wow. Das ist mal ein Motor mit Power, oder nicht? Wow. Wie groß ist bitte dieser Haken? Wow. Achtung. Er schaukelt. Wow. Habt ihr gesehen, wie groß der ist? Wow. Mit dem kann man so richtig schwere Sachen hochheben. Wow. Okay. Wow. Schaut mal hier. Das ist ein riesiges Schiff. Ja, auf dieses Schiff verladen die Arbeiter die ganzen Baumstämme. Und dann transportiert es diese über das Meer und liefert die Stämme an die Kunden. Wow. Hey, was steht denn hier auf dem Schild? Eingeschränkter Bereich, nur für autorisiertes Personal. Das seid ihr und ich. Los geht's. Wow. Riesige Baumstämme. Und auch noch so viele davon. Ich denke, wir sollten sie zählen. Bereit? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 10.444, 10.445, 10.446, 10.000. Oh nein, ich hab mich verzählt. Naja, gut. Wie auch immer. Ich denke, wir sollten jetzt die Langholzstapler wieder arbeiten lassen. Also lasst uns mal wieder verschwinden, damit sie noch mehr Stämme auf das Schiff laden können. Alles klar, bis dann. Wow. Das ist ein kleines Boot. Wow. Das ist ein mittelgroßes Boot. Wow. Wow. Das ist ein großes Boot. Und was es hier noch gibt, ist dieser mobile Bootskran. Dieser Bootskran fährt direkt über das Boot im Wasser, lässt die Gurte ins Wasser ab und dann kann er das Boot rausheben. Oder er macht genau das Gegenteil. Man hebt zum Beispiel ein Boot, so ein geparktes wie eben gezeigt, über das Wasser und lässt es dann ab. Hey, seht euch das mal an. Das sind echt massive Gurte. Die sind so stark. Tatsächlich kann dieser Kran ein Boot hochheben, das so schwer ist wie sieben Schwulbusse. Und das ist richtig schwer. Okay, lasst uns ein wenig Platz machen, damit die Arbeiter ein Boot anheben können. Das wird so cool. Wow. Diese Maschine ist so groß. Wow. Seht ihr, was gerade passiert? Die Gurte werden langsam ins Wasser heruntergefahren. Und wenn sie dann vollständig abgetaucht sind in dem Wasser, dann fährt das Boot einfach auf die Gurte drauf. Und dann heben die Gurte das Boot an und der Kran transportiert es an Land. Seht ihr, was sie da machen? Sie benutzen diese Stangen, um das Boot heranzuziehen. Aber schön langsam, damit es nicht zu schnell an das Dock knallt. Ja, weil vielleicht ist es nicht ihr Boot. Also müssen sie ganz schön vorsichtig damit umgehen. Genauso wie wenn ihr euch ein Spielzeug ausleiht, solltet ihr sicher gehen, dass ihr es mit ganz viel Respekt behandelt. Wow. Habt ihr gesehen, wie sie das Boot angehoben haben? Ja, jetzt ist es raus aus dem Wasser. Und nun drehen sich die Räder auf den Beton und bringen es zurück an Land. Das war fantastisch. Und nun kommt das Kratzen. Wow, seht euch das an. Das sieht nach jeder Menge Seepocken und starkem Algenbefall aus. Wow. Das sieht lecker aus. Ist aber nichts für mich. Haha. Wow, okay. Richtig schön sauber. Yeah. Gut. Ich sollte dann so langsam mal gehen. Es gibt noch so viele Boote zu entdecken. Ja, seht euch das an. Hier sind so viele. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meine Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir. B-L-I-P-P-I-Blippi. Gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye, bye. Wow. Hey. Ich bin's Blippi. Und heute bin ich im Kindermitmachmuseum in Olympia, Washington. Und ich bin so aufgeregt. Denn hier werden wir einige neue Dinge lernen. Los geht's. Kommt rein. Mit so einem tollen Teleskop kann man ein paar wirklich coole Dinge sehen. Wow. Wow. Apropos cool. Seht euch diese Wand an. Wow. Es gibt eine Menge Pumpen und sie drücken die Luft durch diese Rohre durch. Und seht mal dort. Wir nehmen ein grünes Taschentuch und stecken es hier rein. Oh, es ist ein Schal. Bereit? Wow. 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 Oh, da ist es. Auf ein neues. Aber diesmal drehen wir es. Und jetzt wird es einen anderen Weg nehmen. Denn es hält die Luft ab, den ursprünglichen Weg zu nehmen. Also bereit? Drei, zwei, eins. Wow. 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 Das war schnell. Okay. Lasst uns hier rüber gehen. Wir probieren eine andere Farbe. Vielleicht den gelben Schal und den orangefarbenen Schal. Bereit? Drei, zwei, eins. Wow. Wow. Getunnelt. Wow. Gelb und, ja, orange. Wow. Was ist das denn? Hier können wir zusammen eine Rakete bauen und sie dann auf der anderen Seite abfeuern. Okay. Zuerst nehmen wir das und legen ein weißes Blatt Papier drumherum. Ja, genau so. Yeah. Und dann nehmen wir einen Klebestreifen. Es ist wirklich klasse, um zwei Blatt Papier zusammen zu kleben. Genau so. Klebstoff geht auch. Aber Flüssigkleber macht oft eine Sauerei. Daher nehmen wir lieber den Klebestreifen. Okay. Nun haben wir den Körper der Rakete. Okay. Wir brauchen aber noch Finnen. Und zwar so. Mal sehen. Also, wie geht das? Keine Ahnung. Und jetzt schneiden wir. Es ist noch ein großes Rechteck. Aber nun schneide ich es zu. Wir haben ein Dreieck gemacht. Okay. Nun falten wir es zusammen. Schon mal eins. Nun. Haben wir ein weiteres schönes Dreieck. Yeah. Okay. Wir falten. Nun werden wir diese Finnen an den Körper der Rakete kleben. Der Klebestreifen ist echt stark. Okay. Eins so. Okay. Das ist eine Finne. Ist das gut? Sehr gut. Dann machen wir eine Finne auf der anderen Seite. Das wird gut. Ja. Wie sieht es aus? Ich finde sie sehr gut. Aha. Jetzt machen wir die Raketenspitze. Wir nehmen dasselbe Blatt Papier. Okay. So. Wir sollen einen kleinen Kreis ausschneiden. Aber dann wird so geschnitten. Es ist eine Art Kreis auf einer Seite. Ein Halbkreis. Und dort wird es spitz. Und dann sollen wir es noch rollen. Seht ihr das? Perfekt. Nun kleben wir es zusammen. Wow. Gleich sind wir fertig. Okay. Nun kleben wir es an die Rakete. Meine Rakete. Sieht nicht so schön aus. Aber mal sehen, wie sie fliegt. Oh. Wir nehmen noch ein paar von denen. Von unseren Vorgängern. Und vielleicht fliegt eine von denen richtig gut. Zur Sicherheit. Falls meine nicht fliegt. Die sieht aus, als würde sie richtig gut fliegen. Äh. Wir bringen sie auf die andere Seite. Das ist die Startrampe. Das erste, was wir machen müssen, ist sie genau auf die Rampe zu stellen. Okay. Diese Rakete habe ich gemacht. Und jetzt müssen wir Druck erzeugen. Das genügt. Okay. Und das hier ist der Startknopf. Bereit zum Abschuss? Und fünf, vier, drei, zwei, eins. Wow. Wow. Erledigt. Ja. Gut gemacht. Das war die Rakete, die wir gemacht haben. Gut. Erinnert ihr euch an die Rakete, die wir aus dem Papiermüll geholt haben? Mal sehen, wie gut die Rakete meines Vorgängers fliegt. Bereit? Okay. Oh. Sie sitzt sehr gut drauf. Und wieder Druck aufbauen. T-5, vier, drei, zwei, eins, null. Oh. Seht doch. Vielleicht ist das der Grund, warum es im Papiermüll war. Das ist so lustig. Hey. Kommt mit. Wow. Das sieht aus wie ein Kunstatelier. Wow. Und seht mal das an. Das sieht aus wie ein selbstgebauter Roboter. Das ist ziemlich cool. Ja. Das ist Kunst, weil sie handgemacht ist. Oh. Eine Spüle. Das ist zum Waschen der Hände. Ihr werdet vielleicht etwas schmutzig im Kunstatelier. Wow. Dieser Bereich ist richtig cool. Denn es gibt Heißklebepistolen. Sie sind gerade nicht an. Aber sie machen diesen Kleber richtig heiß, damit man etwas kleben kann. Und das geht dann richtig flott. Wow. Hey. Seht ihr die? Das sind Kunstwerke, die andere Kinder gemacht haben. Wow. Sie sind so bunt. Und so wunderschön. Wow. Lasst uns weiter erkunden. Wow. Ich liebe es zu basteln. Aha. Oh. Oh, hey. Hi. Und wer bist du? Mein Name ist Bryn. Oh. Das ist ein schöner Name. Willkommen im Make Space. Oh. Der Make Space. Ja. Wow. Was macht man denn im Make Space? Hier können wir alles Mögliche basteln und werken. Wir bauen Roboter, wir könnten etwas malen oder wir zeichnen etwas und malen etwas aus. Wow. Das klingt nach Spaß. Hast du einen Vorschlag, was ich machen könnte? Das habe ich. Willst du eine Krone basteln? Ja, sicher. Das hier. Das kannst du dir nehmen. Du kannst sie dekorieren, wie du magst. Alles klar. Vielen Dank. Bye, bye. Okay, lasst uns eine Krone machen. Wow. Okay. So, jetzt nehmen wir das. Und ich glaube, wir nehmen diese gelben Dinger und wickeln sie um unseren Kopf. Oh, Moment. Es ist nicht groß genug. Oh, wartet mal. Äh, ich habe eine Idee. Lasst uns den Tacker nehmen. Wir tackern zwei zusammen. Hat geklappt. Genau. Es passt jetzt problemlos komplett um meinen Kopf. Also, es muss die richtige Größe sein. Perfekt. Wir tackern zu. So wird's eine Krone. Aber hier steht was über. Und dafür brauchen wir eine Papierschere. Und schneiden ab, was übersteht. Ja. Seht, nun ist es ein Ring. Und der passt perfekt auf meinen Kopf. Ja, genau so. Okay, die Reste machen wir wieder hier rein. Und nun haben wir all diese Dinge zum Dekorieren. Also, wir legen den Tacker zurück und nehmen uns diesen Marker. Und malen blaue Wellen darauf. Ja. Ja, das ist echt schön. Uh. Ja. Hm, welche Farbe noch? Wir nehmen den Violettenmarker. Und wir malen wieder Wellen darauf. Aber andersherum. Wow. 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 Und wir machen Wow. Und auf der Seite malen wir Zickzack. Wow. Und die Mittellinie. Uh. Und wir nehmen noch Schwarz. Wow. Das sieht so cool aus. Das war's schon. Okay. Nun, wir haben ein paar gelbe Dinger. Die sind weich und zart. Kili, kili, kili. Wischu. Es kitzelt mich. Okay. Wie wäre es mit den gelben Dingern genau hier? Vielleicht so. Oh, da seht ihr's? Ja, das sieht echt gut aus. Gut gemacht. Okay. Da ist noch eins. Wow. Wir machen noch ein drittes. Perfekt. Genau so. Und ich schiebe sie noch etwas. Okay. Wie sieht sie aus? Richtig gut. Haha. Aber ich weiß, dass da noch etwas fehlt. Ich denke, es fehlt... ...eine Blume. Haha. Ich mach sie hier... ...hier hin. Und wie sehe ich aus? Nennt mich einfach König Blippi. Haha. Wuhu. Haha. Gut gemacht. Ihr seid echt kreativ. Eintrittskarten. Wer braucht noch Karten? Haha. Wer will eine Karte für meine Show? Haha. Japp. Ich verkaufe Karten für meine Show. Haha. Wollt ihr mich dabei begleiten? Ja? Haha. Das wird richtig lustig. Okay. Ich gehe jetzt Backstage und halte mich bereit. Dann treffen wir uns hinten. Okay? Oh nein. Das ist nicht gut. Ich bin gar nicht vorbereitet. Oh. Okay. Okay, Blippi. Du kannst das. Blippi. Du schaffst das. Okay. Okay. Ich kann das. Meine Damen und Herren. Blippi. Test. Test 1, 2. Oh. Oh. Willkommen allerseits. Ich hab ein paar echt lustige Witze für euch. Haha. Okay. Wie nennt man einen Dinosaurier, der immer schläft? Ein Schnarchosaurier. Haha. 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 Okay. Ähm. Von was ernährt sich ein Eichhörnchen im Winter? Hahaha. Natürlich von seinen Ersparnissen. Hahaha. Oh. Oh nein. Es funktioniert nicht. Los, Blippi. Denk schnell nach. Ah. 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 Wow, oh, hey, ich bin's, Blippi. Wir haben keine Zeit zum Schlafen, denn der Sommer ist vorbei. Ja, wisst ihr, diese Jahreszeit, in der es so warm ist. Oh, es ist so warm. Oh, ja, die Jahreszeit nach dem Sommer ist der Herbst. Ja, die Blätter färben sich in der Zeit orange und rot. Wow, so eine wunderbare Zeit im Jahr. Hey, wisst ihr, welchen Festtag wir im Herbst haben? Ja, mal sehen. Oh, einer davon ist Halloween. Yeah, ich liebe Halloween. Es ist ein solch aufregender, lustiger Festtag. Dann können wir Süßes oder Saures spielen. Yeah, und kriegen einen Berg Süßigkeiten. Und dekorieren unsere Häuser. Das macht echt Spaß. Und wir können uns auch entscheiden, als was wir unseren Halloween verkleiden wollen. Als was verkleidet ihr euch dieses Jahr? Yeah, so spannend. Wow, hey, habt ihr gesehen, dass dieses Haus absolut keine Halloween-Dekoration hat? Ich denke, ihr und ich sollten das Haus dekorieren. Wow, seht mal hier. Ein perfekt platzierter Korb. Voll mit Halloween-Dekoration. Okay, mal sehen, was drin ist. Wow. Okay, ich stelle ihn mal hier hin. Hey, und was sticht mir als erstes ins Auge? Hopp, Kürbisse. Ja, ein Kürbis ist rund. Wow, seht mal die zwei. Wow, und diese zwei. Hey, jeder von ihnen hat ein Gesicht. Das hier ist ein äh, ängstlicher Kürbis. Wow. Okay, dieser Kürbis ist traurig. Okay, wie sieht denn der Kürbis aus? Freilich. Und dieser Kürbis ist wütend. Okay. Ich denke, wir sollten diese Kürbisse auf die Veranda stellen. Oh, ich habe eine Idee. Wir stellen den fröhlichen Kürbis hier hin. Yeah. Hallo, fröhlicher Kürbis. Und das hier ist der Platz. Mal sehen. Wir nehmen das Gegenteil von fröhlich, nämlich traurig. Wir haben noch zwei Kürbisse übrig. Wir nehmen den wütenden Kürbis und stellen ihn hier hin. Perfekt. Und wir nehmen den ängstlichen, der überraschten Kürbis für hier. So ist's gut. Bleibt genau da. Na gut. Lasst uns nachsehen, welche Dekoration wir noch haben. Wow. Alles klar. Wir haben noch einiges mehr an Dekorationen. Okay. Mal sehen. Wir haben Toilettenpapier und Hütchen. Wir haben eine Kette. Wow. Seht. Welches Tier ist das hier? Ja, das ist eine Ratte. Und welches Insekt ist das hier? Moment mal. Das ist kein Insekt. Es ähnelt nur einem Insekt. Das ist eher eine Spinne. Okay. Das ist nur Spielzeug. Aber wir setzen es an den Eingang. Okay. Sieht aus, als hätten wir den perfekten Platz gefunden. Wir stellen es auf den Handlauf. Genau so. Die Ratte sitzt also dort. Und dann setzen wir die Spinne einfach nach da. Perfekt. Was haben wir noch da drin? Wisst ihr noch das Toilettenpapier? Ich weiß, was wir damit machen. Wir können es um den Baum wickeln. Wie ein Geist oder eine Mumie oder sowas. Das wird ein Riesenspaß. Alles klar? Legen wir los. Perfekt. Wie sieht es aus? Es sieht definitiv festlich aus. Okay. Mal sehen, was wir noch haben. Wow. Es gibt noch viel mehr Sachen hier drin. Wow. Ein weiterer Kürbis. Ich denke, dieser Stab gehört in den Boden. Ja. Seht. Genau so. Bereit los. Wir platzieren ihn genau da. Wie sieht das aus? Ja. Der Kürbis wächst zwischen all den vielen anderen Pflanzen. Wow. Yeah. Er ist zurück in seinem Zuhause. Wow. Ihr wundert euch sicherlich, was das ist. Wow. Es ist schwarz und rot. Wow. Sieht aus wie eine große, gruselige Spinne. Wow. Okay. Lasst uns den perfekten Platz finden. Das wird eine Spitzendekoration. Wow. Ich habe den perfekten Platz. Yeah. Seht. Es baumelt. Genauso wie Spinnen in ihrem Netz baumeln. Wow. Spinnen weben diese Netze sogar über Bäume und Äste und Zweige und Pflanzen. So ist das ganze Netz breit aufgefächert, damit Insekten wie Fliegen hinein in das Netz fliegen und sich verfangen. Also das ist die Art, wie eine Spinne zu ihrem Futter kommt. Wir haben noch viel mehr Tolles zum Dekorieren da. Ich liebe Halloween. Es ist so cool, weil fast alles in einer Farbe ist. Ja, es ist überall die gleiche Farbe. Es ist die typische Farbe für Halloween. Es sind sogar zwei. Schwarz ist die eine, aber seht, welche Farbe haben denn die anderen Sachen? Ja, eine meiner zwei Lieblingsfarben. Ja, es ist orange. Okay, hier haben wir orangefarbene Hütchen. Aber Moment mal. Was macht man mit orangefarbenen Hütchen? Sie sind nicht so Halloween-typisch. Hey. Aber wenn wir kreativ sind, kommt mit hier rüber. Und mit unserer Kreativität machen wir daraus vielleicht sogenanntes Candy Corn. Ja, Candy Corn ist eine sehr leckere Süßigkeit. Man sollte nicht so viel davon essen. Eine Halloween-Süßigkeit. So, jetzt werde ich rumsprühen mit Sprühfarbe, welche nur Erwachsene benutzen dürfen. Okay. Und ich bin draußen an der frischen Luft. Denn sie einzuatmen ist nicht gut. So, und nun geht es los. Perfekt. Okay. Die Hütchen sind orange und gelb momentan. Aber Candy Corn ist ja, wie ihr seht, weiß, orange und unten gelb. Also werden jetzt die Spitzen weiß. Wow. Wie findet ihr sie? Sie sehen so lecker aus. Okay. Lasst sie uns gleich darüber stellen. Okay. Wie wäre es mit einem Candy Corn? Genau hier? Perfekt. Und dann können wir das andere dorthin stellen. Perfekt. Perfekt. Das ist fantastisch. Wow. Hey, wisst ihr noch? Wir sprachen doch über Spinnen und Spinnennetze. Ja, das sind Spinnennetze. Das sind keine echten. So, und jetzt machen wir sie ans Haus. So können wir wie die Spinne unsere eigenen Netze weben. Los geht's. Oh, seht's. Ich bin in einem Spinnennetz gefangen. Okay. Wir legen das Netz hier hin. Das sieht wirklich gut aus. Oh, wir machen einen echt guten Job. Okay. Ein paar Deko-Artikel haben wir noch. Wow. Seht ihr das? Manches an Halloween ist ziemlich gruselig. So wie diese Kette. Okay, gut. Wir benutzen sie trotzdem. Okay, es geht los. Wie wär's, wenn wir sie da herumwickeln? Ja, das ist nicht so gruselig. Es ist nur eine Kette. Perfekt. Das war's schon. Es ist schön und lustig. Habt ihr schon mal Süßes oder Saures gespielt? Ja, ein Riesenspaß. Ich sage gern, Süßes oder Saures? Okay. Scheint, als hätten wir noch viel mehr Kürbisse. Hey, die Kürbisse, die wir schon hochgestellt haben, waren unsere allererste Dekoration. Erinnert ihr euch an die vier von vorhin? Ja, und dann haben wir den anderen Kürbis in den Garten gestellt. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun und zu guter Letzt zehn. Wow, Momentchen mal. Elf Kürbisse. Haha, wir stellen ihn genau hier hin. Oh, oh. Ich bin ganz traurig. Sieht aus, als wäre das das Letzte. Oh, es hat echt so viel Spaß gemacht, mit euch das Haus zu dekorieren. Okay, aber wir können noch nicht aufhören. Wir haben noch eine letzte Dekoration. Und ich weiß den perfekten Platz. Wow, es ist durcheinander. Oh, hey, jetzt haben wir es. Manchmal, wenn es drunter und drüber geht oder das Leben nicht rund läuft, wenn ihr nicht aufgebt, dann schafft ihr es. Yeah, alles klar. Jetzt geht's los. Wow, absolut perfekt. Wow, wir haben es echt richtig gut gemacht. Haha, ich liebe Halloween. Es ist eine so schöne Zeit im Jahr. Ich liebe Süßes oder Saures und ich liebe das Dekorieren der Häuser an Halloween. Werdet ihr dieses Jahr euer Haus dekorieren? Yeah. Nun, ich hatte sehr viel Spaß mit euch, aber ich sollte so langsam mal los. Hey, noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir, ja? B-L-I-P-P-I-Blippi. Gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye, bye. Win, 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 win. Hey, guckt mal. Das ist eine Farm. Seht euch die Tiere an. Wow, uh, uh, was ist das hier? Das ist eine Kuh. Hm? Und ein Pferd. Uh, und ein Schwein. Oink, 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 oink. Win, win. Okay, jetzt wo wir auf einer Farm sind, sehen wir mal nach, was wir sonst noch hier finden können. Gut, also, ähm, die Tiere haben wir schon gesehen. Weiter geht's. Win, 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 win. Wow, bye, bye. Anhänger verloren. Win, 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 win. Wow, wow. Seht, wir haben eine, eine Kartoffel gefunden. Das muss wohl eine Kartoffelfarm sein. Kartoffel. Uh, und was ist das hier? Ein gelber Hut? Okay, so, das hätten wir. Und, uh, ein paar Augen. Man muss ja was sehen. Ups, verkehrt herum. Okay, und, uh, wir haben eine rote Zunge. Oh, nein, das ist eigentlich die Nase. Aber da ist eine rote Zunge. Ich steck sie da rein. Uh, es sieht langsam aus wie ein Kartoffelkopf. Dann grüne Füße oder Schuhe. Und pinke Ohren. Ah. Uh, haben wir etwas vergessen? Ja, seht mal hier unten. Zwei weiße Arme. Einer kommt hier hin. Ah. Und einer genau hier. Wow. Hallo. Okay, du bleibst hier, Herr Kartoffelkopf. Kommt hier rüber. Hm, 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 hm. Wow. 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 Noch so ein Kartoffelkopf. Uh. Okay. Uh, diesmal ein blauer Hut, wie es aussieht. Oh, ich bin Optimus Prime und ich komme. Ja. 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 Wow. Zwei Augen. Eins, zwei. Die kommen hier hin. Uh, seht mal die orange Nase. Die kommt da rein. Und, uh, seht mal dieses Lächeln. Hi, hi, hi. Okay, das stecke ich hier rein. Und zu guter Letzt ein paar grüne Schuhe. Ja. Blaue Schuhe. Ich habe gesagt, sie sind grün, aber sie sind blau. Da, 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 da. Uh. Okay, mal sehen, was wir noch finden. Uh. 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 Hier ist noch einer. Guckt. Noch ein Kartoffelkopf. Uh, hey. Ein paar graue Füße. Und ein blauer Hut. Oh. Eine Polizeimütze. Seht ihr? Wow. Und, wow. Ein richtig großer Bart. Okay. Und nochmal eine orange Nase. So geht's. Da kommt sie dran. Oh. So eine süße Nase. Dann, uh. Ein paar Arme. Lasst uns sie so befestigen. Wow. Oh. Oh. Sie sind rausgefallen. Habt ihr es gesehen? Okay. Nochmal da rein. Hallo. Alles klar. Ähm. Und. Oh. Wir haben die Ohren vergessen. Tja. Oh. Die Ohren fallen raus. Seht ihr? Okay. Und dann die Augen noch. Ja. Oh. Das fällt immer raus. So. Das war's. Jetzt sind wir fertig. Hallo. Hi. Hi. Okay. Es geht los. Juhu. Seht euch den hier an. Wow. Das ist ein Traktor. Und ein Bagger. Wow. Cool. Da ist ein gigantischer Kettenbagger. Wow. Er ist so groß. Kommt mit. Wuh, 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 wuh. Wuh, wuh. Wuh, wuh. Wow. Wow. Da ist noch ein Kartoffelkopf. Okay. Hier ist er. Dann ein blauer Sicherheitshelm für den Kettenbagger. Das kommt auf den Kopf. Und eine Nase. Und ein Ohr. Und ein weiteres Ohr. Seht ihr? Und noch ein weißer Arm. Okay. Grüne Schuhe. Die kommen hier hin. Und zwei weitere Dinge. Wir haben ein Lächeln. Ein rotes Lächeln. Das kommt hier hin. Und zu guter Letzt ein paar Augen. Okay, das war alles. Gut, wir gehen jetzt weiter. Wow, wow, ja. Seht mal, all die vielen Kartoffelköpfe. Dafür muss ich mich hinsetzen. Okay, uh, seht mal hier. Der hat sogar schon Augen drauf, Leute. Okay, uh. Oh, ein Schleier auf dem kleinen Prinzessinnenhut. Hallo. Lasst uns mehr Prinzessinnen-Sachen finden. Und, äh, uh, schöne hochhackige Schuhe. Perfekt, die kommen hier hin. Gut, wir haben schon Augen. Also suchen wir noch eine Nase. Ähm, wo ist eine Nase? Oh, hier ist eine, eine pinke Nase. Okay, die kommt da dran. Und wir brauchen ein wunderschönes Lächeln. Wo ist das wunderschöne Lächeln? Lasst uns mal nachsehen. Huh. Uh, hier ist ein wunderschönes Lächeln. Hihi. Uh. Haha. Okay. Da ist sie richtig hübsch. Und, uh, ein richtig großes Ohr. Oh, das ist zu groß, ehrlich gesagt. Ein normal großes Ohr. Genau so. Und noch ein normal großes Ohr. Aha. Wir sind fast fertig. Wir brauchen nur noch schöne Arme. Oh, hier ist einer. Das ist nur eine Hand. Ist das nicht witzig? Sie kommt hier rein. Seht ihr? Eine kurze, kleine Hand. Hier ist noch eine. Schlag ein. Oh. Hup. Haha. Okay. Das war's. Das hier ist unser letzter Kartoffelkopf. Wow. So eine hübsche Lady. Haha. Leute, das war so lustig mit diesen Kartoffelköpfen auf der Farm. Ihr wollt mehr von meinen Videos sehen? Das könnt ihr tun. Ihr müsst nur eure Eltern bitten, meinen Namen zu suchen. Kennt ihr meinen Namen? Ja. Es ist Blippi. Buchstabieren wir ihn zusammen. B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Alles klar. Wir sehen uns. Hey. Ich bin's. Blippi. Hier im Tierheim von Pasadena leben viele Tiere, die vielleicht ein neues Zuhause brauchen. Ich kann's kaum mehr warten. Kommt schon. Okay, jetzt sind wir in dem Shop, in dem man Leckerlis, Spielzeug und Futter und vieles mehr für alle Haustiere hier kaufen kann. Okay, was gibt's hier alles? Uh. Ja. Jeder Tag ist Kattentag. Das ist lustig. Hier fressen die Katzen ihr Futter. Oh. Was ist das? Wow. Spielsachen. Wow. Das steht Lammkotelett. Uh. Und das ist ein kleiner Fisch. Ich wette, das ist ein ganz tolles Kätzchenspielzeug. Denn Kätzchen lieben es, mit Fischen zu spielen. Okay. Uh. Kisten. Toll. Wenn du dein Haustier mal in der Öffentlichkeit transportieren musst, dann wirst du es wahrscheinlich in einer Kiste wie diese hier mitnehmen wollen. Guck. Hier ist es auf Reisen wirklich gut aufgehoben. Lammkotelett. Hm. Hm. Leinen. Wow. Hier hängen total viele bunte Leinen. Diese Leine hat die Farbe Rot. Uh. Und diese Leine hat die Farbe Pink. Ich wette, die Farbe kennst du. Ich habe diese Farbe immer an. Ja. Das ist die Farbe Blau. Uh. Kommt doch mal hier rüber. Wow. Das ist eine schöne Farbe. Yeah. So lebendig und kraftvoll. Und das ist die Farbe Pink. Uh. Yum. Noch mehr Leckerlis. Aber warte mal. Das hier sieht aus, als wäre es für... Ich kriege die Tür nicht mehr auf. Hey. Dosenfutter kommt. Uh. Katzenfutter. Oh. Futternäpfe. Das sind Hundenäpfe. Oh. Uh. Kommt mal mit. Wenn ihr zu Hause einen Hund oder eine Katze habt, dann kennt ihr diese großen Pakete. Ja. Da ist eine Menge Fressen drin. Oh. Und das ist wahrscheinlich für Hühner. Vielleicht ist das aber auch nur Fressen mit Hühnergeschmack. Wer weiß. Uh. Und Leckerlis. Ja. Seht mal hier. Das sind Leckerlis. Und Hunde lieben die. Wir kaufen die Leckerlis jetzt und verfüttern sie dann an einen Hund. Kommt. Uh. Darf ich euch vorstellen? Das ist der prächtige Timmy. Uh. Und habt ihr das gesehen? Timmy hat eine Fliege. Seht mal. Auch ich habe eine Fliege. Aber meine Fliege hat die Farbe Orange. Und Timmys Fliege. Siehst du die Farbe? Wow. Timmy. Timmys Fliege hat die Farbe Rot. Wow. Das ist eine wirklich coole Fliege, Timmy. Hey. Erinnert ihr euch noch an die Leckerlis? Ja. Timmy liebt sie. Hey. Timmy. Hier ist was Leckeres für dich. Ein Leckerli. Timmy liebt diese Leckerlis. Das ist vielleicht so ähnlich wie für uns. Ähm. Ein leckerer, knackiger Salat. Oder vielleicht auch ein bisschen wie ein Stück Pizza. Yum. Du bist ein Lieber, Timmy. Hier habe ich noch eins. Das Letzte. Uh. Okay. Lasst uns jetzt mit Pierre und Panther spielen. Da sind sie. Hey. Hey. Guckt, der Kleine hier ist Panther. Hallo, Panther. Hm. So süß und so zart. Hallo. Seht? Oh, so süß. Okay. Dann lasst uns mal Pierre Hallo sagen. Hey. Oh. Oh, hey. Oh, hey. Ich frage mich, ob sie Geschwister sind. Könnte schon sein. Sie sehen sich so ähnlich. Hey. Oh. Da drüben habe ich ein paar Spielsachen. Kommt mit. Oh. Wie sie das finden werden. Hey. Oh. Oh. Okay. Willst du spielen? Oh. Scheinbar nicht. Hey. Willst du spielen? Mit dem Tennisball? Achtung. Oh. Okay. Los geht's. Oh. Du willst das hier? Wie wär's? Wie wär's? Ja, Matt. Die sind so süß. Und was habe ich hier? Ein kleines Kätzchen. Das Kätzchen ist ganz verschlafen. Ich glaube, es ist gerade aufgewacht. Das ist so schön, wenn man sich mittags einfach mal zum Ausruhen hinlegen kann. Und genau das hat das Kätzchen gerade gemacht. Ich frage mich, ob das Kätzchen was geträumt hat. Ja. Was ist das? Wow. Das ist ein Katzenspielzeug. Hey, Kätzchen. Hey, Kätzchen. Ich glaube, es will im Moment gar nichts spielen. Obwohl Katzen total gerne spielen. Es ist wichtig, mit Haustieren zu spielen. Genau. Kitty, 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 Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Das ist lustig. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Uh, hier sind so viele Katzen. Seht mal, wie die hier. Hi, Kätzchen. Hi, Kätzchen. Uh, und hier sind noch mehr. Oh, wow. Viele sind am Schlafen. Oh, hey, seht's. Hi. Hi. Hey. Uh, was hast du da? Das ist Pumpkin. Pumpkin ist eine der Katzen, die ein neues Zuhause suchen. Sie ist eine wundervolle Katze. Und sie kam zu uns, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Und wir hoffen sehr, dass sich jemand findet, der sie mit nach Hause nimmt. Oh, wow. Kann ich Pumpkin streicheln? Ja, kannst du. Hey, Pumpkin. Hey, Pumpkin. Oh, Pumpkin ist wirklich klasse und total süß. Hey. Ist sie nicht hübsch? Ja, und wie? Die grünen Augen. Oh, so hübsch. Super. Mach's gut. Tschüss. Oh, das Kleintierhaus. Bin gespannt, welche Tiere hier wohnen. Kommt mit. Wow. Das ist ein toller Raum. Uh, guckt. Hallo. Es pennt. Aber da drin ist ein Meerschweinchen. Das ist lustig. Gut. Oh, und was ist hier? Oh. Hallo. Hallo, Vogel. Oh, es ist ein Vogel. Schön. Cool. Cool. Süßer Vogel. Oh, seht. Der Vogel war weiß. Und das ist ein weißer Hase. Wow. Guckt euch den Hasen mal an. Hey. Ich habe ein Spielzeug für euch. Es ist hier drüben. Wow. Ich möchte euch meinen Hasenkumpel vorstellen. Ha. Okay. Oh. Wo bist du? Hey, Kumpel. Oh. Da ist er. Hey. Hey. Der flitzt hier rund. Hey. Hallo. Hasen haben wirklich große Ohren. Oh. Okay. Kumpel. Hey. Wie geht's dir? Oh. Richtig weich. Und die Ohren sind groß. Okay. Tschüss. Juhu. Das war großartig. Yeah. So viele süße Tiere. Okay. Das war toll. Bis bald. Ein Haus, der ist ein guter Freund. Wenn du es brauchst, ist es für dich da. Heitert dich auf, wenn dein Tag mal schlecht war. Und wenn du willst, spielt es mit dir. Hund, Hund, Katze, Hase und Ratte. Das sind die Haustiere. Schildkröte und Goldfisch und Schlange. Das sind die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Dümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Du musst sie füttern und säubern. Manchmal musst du ihnen sagen, was zu tun ist. Sitz wie du sitzt. Mit Tantien muss man Gassi gehen. Mit anderen kann man reden. Und der Käfig muss sauber sein. Spinne und Vogel, Ameise und Wurm. Das sind die Haustiere. Bommi und Frosch, Hamster und Igel. Das sind die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Dümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Alle zusammen singt mit. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Dümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund.